Hallo, hier ist Martin von MoneyBank, hier ist das die Dachsanalyse für nun Freitag den 7.16.2024 und unser Dachs kann auch springen, das hat auch gut geklappt, auch wenn, ja hier, der Ball nicht ganz erreicht wurde, er ist nicht ganz rangekommen, wir hatten uns gestern darüber unterhalten, dass mit der Fall, also eigentlich ja schon vorgestern, müssen wir ja sagen, wir haben vorgestern schon gesagt, wenn er sich über die 5.30 wieder drückt, macht dann die 6.176 dran, holt sich eine schöne Vorlage, um Freitag mal hier oben reinzuspringen und dass er dabei auch durchaus eine 8.20 erreichen kann. Haben gesagt, guckt ein bisschen hier auf die roten Stundenkerzen, wenn hier oben der dann eindreht, dann kann er sich locker nochmal bis 6.40 runterziehen, hat er gemacht, hat auch hier oben eine rote Stundenkerzen, natürlich ein bisschen tiefer als gedacht, ja, also es ist jetzt bei 7.90 schon gezündet, ich wollte gerne die 8.20, muss auch sagen, außer wenn das hier natürlich eine Eröffnungskerze ist, dann kann es sogar sein, er ist ja wirklich, nee, hier 8.9, 10, nee, dann ist es nicht diese Cetra-Kurzstellung, das wäre natürlich ehrlich, wenn es jetzt bloß da dran gelegen hätte, dass die Linie hier falsch liegt, durch diese Kursverzerrung, die wir jetzt immer durch die Cetra-Eröffnung haben, aber haben wir nicht, weil hier ist 8.9, dann geht hier 10 Uhr die Kerze hoch, das heißt, dieses Hoch ist auf jeden Fall fix, wenn, dann könnte man hier nochmal dran schrauben, aber das würde sich kaum verändern, also ist schon so richtig, ist nicht mal falsch irgendwie angelegt oder wie auch immer, er ist einfach vorher gedreht, Punkt, er ist einfach vorher gedreht, hat das nicht oben voll gemacht und der rote Stundenkerzen reingedrückt und sich dann drunter gebuggelt, auf die 6.40, 6.30 zurück, so hat man es auch sinngemäß gesagt, dann hat es von oben durchaus wieder da runter kann und dann wundert er auch nochmal nach oben und das war jetzt so, jetzt ein bisschen zu enttäuschen, muss ich sagen, also ich hätte mir mehr erwartet, ich fand es schön, dass er sich vorher schon so hoch gelegt hat, wir hatten ja auch gesagt, es wäre besser, wenn er sich zum Termin hochlegt, dass er dann beim Termin nach unten sich abstoßen kann, auch das hat er ja letztendlich gemacht, eben nicht von ganz oben, ja, also es hat von der, von der, von der, also es hat einfach der Rums dann gefehlt, ja, er war ja schon vorher ein bisschen runtergekommen, hat er oben die 30 Punkte ausgelassen, ist dann glaube ich hier irgendwie, wo sind wir reingekommen, das war 7.10 rum oder so, war glaube ich EZB, Zinssatzentscheid wurde dann wie prognostiziert auch um 0,25% gesenkt, der Leitzins, das heißt, da war nichts überraschend, wie aber auch die ganze letzte Zeit, also ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass die EZB die letzten Jahre irgendwas anderes als erwartet gemacht hat, die einzigsten Zeiten, die ich noch in Erinnerung habe, wo EZB Termine richtig Spaß auch gemacht haben, weil es einfach überraschend war, war zu Zeiten, wo Mario Draghi am Ruder war, der natürlich seine ganzen Kumpels aus den alten Bankerzeiten für ihn immer vorher Position wahrscheinlich hinlegen lassen hat und dann den Markt hin und her geschubst hat, nicht anders, wie es ja Trump auch gemacht hat mit seiner ganzen Twitter-Meldung, kann man sich nur mal wünschen, dass da bald mal wieder ein paar Jungs ans Ruder kommen, die einfach ein bisschen Dreck am Stecken haben und sie selbst bereichern wollen, das lässt uns die Kurs ein bisschen schöner zaubern, von daher war es ein bisschen ernüchtert, was nach dem eigentlichen EZB Termin passiert ist, nämlich viel, viel, viel weniger, wie in der Vorbereitung daraufhin passiert ist, ja, also der ist jetzt hier ein bisschen runtergelaufen, an die Sterbenstecher meiner eigenen Spucke, an der 640, 630, rund, ein bisschen tiefer sogar noch gestochen, knapp über die 600, aber er ist eben auch nicht unter die 600, das ist ja auch wichtig, war für gestern, also für die Analyse hat man gesagt, unter 600 hat er ja ein bisschen Risiko, war er nicht, und von daher muss man es auch mal so formulieren, er hat nach oben raus richtig viel geleistet, auch wenn er die 30 Punkte oben nicht getroffen hat, aber er hat oben raus viel geleistet, natürlich ist es wieder zurückgekommen, aber was hat er nach unten geschafft? Er hat nichts nach unten geschafft, ne, die Tageskerze ist sogar grün geworden, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, oder? Wir sind hier reingekommen, hier, dann ist die Tageskerze grün, natürlich hat die lange Schatten dran, aber ich würde jetzt zum Freitag das genau so noch mal voraussetzen, mit dem Unterschied, dass ich jetzt dieses starke Gegenwehr nicht mehr erwarte, weil die natürlich ein bisschen, der Gedanke war ja, wir stellen uns hier oben an Termin ran, dann kommt die EZB, senkt die Zinsen, alle denken, ist ja toll, positiv, muss ja jetzt Randale geben, und dann macht er runter. Ich hatte euch deswegen auch gesagt, dass es zum Beispiel so nicht sein kann, wenn die EZB die Zinsen nicht senkt, und alle denken, oh, das ist aber schlimm, dass dann der Markt hier oben rausplatzt, aber wichtig ist, die Idee war, hier oben dann abstoßen, das ist jetzt durch, das ist überhaupt Donnerstagsprogramm. Für den Freitag würde das jetzt nicht reinpassen. Wenn der Freitag uns anzieht und hochtreibt und wirklich hochtreibt, würde er wahrscheinlich oben durchschießen. Er aber noch würde wahrscheinlich gar nicht so hochkommen, und er hier 27 bis 67 positionieren, damit er am Montag durchspringen kann. Wahrscheinlich mit Aufwärtsgeptern auf der 8,20 eröffnet und dann losrennt. Wenn wir über der 600 bleiben. Und damit können wir das eigentlich ziemlich kurz machen und die Analyse hier auch schon abhaken. Wenn der sich positiv über 600 gehalten bekommt am Freitag, traue ich ihm zu, dass das gleiche Programm nochmal abspult, plus ohne den Rücksetzer. Ja, dass er sich einfach ein bisschen ruhiger vielleicht wieder hochzieht, je nachdem, wie er drauf ist. Ja, also es stünde ihm vollkommen frei, auch einfach sich wieder zwischen 47 und 67 da einzuparken. Freitag, dort stehen sie bleiben, seitwärts ganz ruhig, jede Stunde irgendwie 10, 20 Punkte. Das würde vollkommen reichen, bis zum Schluss einfach so langsam hochkrabbeln, stehen bleiben. Montag das Gap auf die 8,20 und dann mal einen schönen Schmatzer oben raus. Würde perfekt reinpassen. Ja, sollte er am Freitag schon mehr machen, bleibt 8,20 wichtiges Anlaufziel. Auch da mit dem Ziel, vielleicht dort den Tagesschluss hinzusetzen und dann Montag drüber zu springen. Positives Szenario. Negatives Szenario wäre, wir gehen unter 600 drunter und dann können wir eigentlich den Donnerstag einmal rückwärts, die Analyse hier auch wieder genauso ranziehen. Denn geht er unter 600, macht sich die unteren Ziele wieder frei, die sind bei 5,30 und im Gap-Kluss bei 4,60. Das sind die beiden Zielstationen auf der Unterseite, sollte das zum Freitag anspielen, sollte sich schwach zeigen. Und ja, das sind die beiden Stellen, die ich unten dann noch sehen würde. Beides schöne Reaktionsmarken, die auch aufhalten können und würde aber nicht denken, dass er jetzt brachial abverkauft wird, weil das Wort dann nach der EZ bin ich. Also jetzt so nach dem Motto, ja, die Zinsen, die wurden jetzt gesenkt, jetzt muss der Markt hier brutal abschmieren. Dann wäre die Bewegung ja anders gewesen. Es ist ja vorher starke Dynamik auf der Oberseite gewesen und dann eher so abgeplätschert. Ja, das war auch zum Zinssatzentscheid, was da an Kerzen kam, es war ja schon fast ein bisschen traurig beim Zugucken. Also, ihr habt mich ja geistig schon darauf eingestellt, dass da gleich 50 Punkte Sprungkerzen kommen. Ja, und dann hat man schon geguckt, da sind jetzt die Nachrichten schon draußen, da passiert überhaupt nichts, die Kerzen zappelten gar nicht. War schon ein bisschen ungewohnt, ruhig. Ja, und von daher würde ich nicht davon ausgehen, dass er jetzt brutal zusammengetreten wird, weil die Zinsen jetzt gesenkt wurden. Ich glaube, dann hätte er schon anders reagiert hier. Ja, dennoch unter 600 rechne ich eher vielleicht mit 5,30. Kann mir auch eine 4,60 gut vorstellen. Beides schöne Reaktionsmarken nach oben. Sollte unter 600 notieren. Drückt er sich hoch, geht über 6,30 raus, sehe ich den hoch in die 700, 7,60 wieder reinsteigen, um den Montag vorzubreiten. Okay? Analyse zu. Wünsche euch, übrigens, ich habe noch drei freie Plätze jetzt nur noch zum Seminar, sind jetzt wieder welche reingekommen hier. Wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende, Seminar, Webinar machen wir am Samstag und Seminar wird dann wirklich langsam eng. Also ich glaube, ja doch, sind ja noch drei, vier Wochen, drei, vier Wochen noch hin. Ende Juni ist 29.30. Drei Plätze jetzt nur noch frei, dann meldet euch. Da sind jetzt auch nicht die eingerechnet, die sich jetzt noch gemeldet hatten. Das heißt, wenn es voll ist, ist es voll und dann gibt es, wie jedes Webinar, Seminar, jedes Seminar, Warteplätze und dann könnt diejenigen nur noch drauf hoffen, dass vielleicht noch jemand abspringt. Aber wer da noch kommen will oder noch nicht geantwortet hat, macht das noch und dann kann ich das endlich auch abhaken. Und dann habe ich etwas weniger am Tisch, was ich abends machen muss. Da tut ihr mir auch einen Gefallen mit. Also, ich wünsche euch fast ein schönes Wochenende. Bis denjenigen, die am Samstag Webinar gucken. Am Samstag, die anderen bis zum Sonntag für die Montagsanalyse. Bis dahin, tschüss.